Hallo Freunde, ich grüße euch. Ich habe euch eine Partie von Fiona Sieber mitgebracht. Das ist die amtierende Studentenweltmeisterin, hier etwas in größer. Und hier habe ich euch eine spannende Stellung mitgebracht. Hier könnt ihr mal reinschauen. Entwickelt mal einen Plan, um die schon angenehme schwarze Stellung, um den Vorteil noch weiter zu vergrößern. Gerne haltet das Video kurz an, überlegt mal, denn Fiona kam hier mit einem wunderschönen Plan um die Ecke und den möchte ich euch einfach nicht vorenthalten. Wie es hierzu kam und wie es weiter ging, das schauen wir uns jetzt an. Und damit herzlich willkommen beim Schachstrategen. Schön, dass du dabei bist. Diese Partie wurde gespielt von Andreas Slaber mit Weiß gegen Fiona Sieber bei der Frauen-Europameisterschaft 2023, die jetzt gerade läuft. Wer da aktuelle Informationen haben möchte, kann sich sicherlich auf Portalen wie vom Deutschen Schachbund oder bei den Perlen vom Bodensee genauestens informieren. Ich werde mich, ich habe die Europameisterschaft ein bisschen außen vor gelassen, obwohl da einige deutsche Spieler mitspielen. Die Josefine Heinemann zum Beispiel oder Lara Schulze, Hanna-Marie Kleck, Johanna Blühbaum und nicht zuletzt Fiona Sieber. Ich werde mich aber auf diesen Woman Grand Prix Turnier, der jetzt am 24. startet in New Daily, die dritte Runde von diesem Grand Prix Wettbewerb. Da werde ich mich darauf konzentrieren, deswegen. Aber dieses Highlight möchte ich euch natürlich hier zeigen. Und es begann zunächst einmal mit Sprenger F3, was nach Reti aussehen könnte. Aber durch Zugumstellung landen wir hier in einem Englisch. Aber selbst das ist nicht das Ende der Fahnenstange. Denn durch weitere Züge sehen wir, dass wir hier in einem Damen-Gambit gelandet sind. Durch Zugumstellung in der abgelehnte Tarasch-Verteidigung. Das ist eine sehr harmlose Variante für Weiß und durch diese Reihenfolge jetzt bedingt. Dieses geschlossene oder abgelehnte Tarasch, das verspricht im Grunde keinerlei großen Vorteil für Weiß. Durch diese Spannungen, die hier entstehen, können natürlich noch alle möglichen Formen von Bauernstrukturen entstehen. Sowohl Schwarz könnte mit dem Isolani verbleiben, als auch Weiß könnte mit dem Isolani verbleiben. Beide könnten sich auflösen. Da ist noch alles drin. Öffnungstheoretisch wird Weiß hier aber keinen Vorteil erreichen. Schwarz entwickelt einfach die Pumpen weiter und Weiß spielt A3. Also ihr seht, beide Seiten halten diese Spannung hier im Zentrum aufrecht. Das ist auch etwas, das ich gerade Einsteigern und Anfängern noch mehr ans Herz legen würde. Diese Spannung mal aufrecht zu halten. Nicht bei jeder Gelegenheit immer sofort die Spannung auflösen, weil man es nicht aushält. Sondern einfach mal den Gegner schlagen lassen. Und damit zum Beispiel, wenn Schwarz hier auf C4 schlägt, dass dieser Läufer in einem Zug quasi in eine aktivere Position kommt. Nicht zuletzt der Spruch der Meister lässt schlagen. So, was ist mit A3 hier? Nimmt natürlich das Feld weg, aber möchte vor allem vielleicht auch mal auf C5 nehmen. Und wenn Schwarz dann Läufer schlecht C5 spielt, B2, B4, um den Läufer nach B2 zu stellen. Das ist ein sehr sehr häufiges Motiv für Weiß in solchen Stellungen. Deswegen entscheidet sich jetzt hier die Fiona auf D4 zu tauschen, um dieses D schlecht C eben rauszunehmen. Weiß schlecht zurück. Und jetzt sehen wir dadurch, dass Weiß mit dem Bauern geschlagen hat, kann Schwarz früher oder später hier auf C4 nehmen. Und dann kommt es zu Isolani Stellungen. Und das sollte man vielleicht auch jetzt schon machen. Fiona hat hier erst die Rohaden eingeschoben und dann hier auf C4 genommen. Lassen wir mal die Theorie und die Feinheiten außen vor. Hier haben wir jetzt im Grunde eine ganz normale Isolani Stellung. Wer wissen möchte, oder wer mehr zu Isolani Stellungen wissen möchte, welche Seite welchen Plan verfolgt und wieso, weshalb, warum, da habe ich in meinem Livestream schon öfter darüber berichtet. Ja, da könnt ihr euch gerne mal umschauen. Wie findet ihr sicherlich auf meinem Kanal problemlos? Und äh... Schwarz muss jetzt zunächst einmal natürlich auch ein bisschen das Problem seines Läufer C8 noch lösen. Und macht das, indem er hier den Läufer nach B7 stellen möchte, um auf dieser Diagonale zu wirken. Und auch das Feld D5 ein bisschen mehr mit zu kontrollieren. Denn das ist eine der Hauptstrategien, sag ich mal, sowohl für Weiß als auch für Schwarz, ist es wichtig, die Kontrolle für das Feld vor dem Isolani zu behalten oder zu erobern, je nachdem. Weiß spielt hier Läufer B3. Auch ein Standardzug in Anführungsstrichen. Denn dieser Bauernzug A3 hat eine weitere Bewandtnis. Da kommen wir sofort zu, dass der Läufer nämlich jetzt diese Diagonale wechselt. Hier auf dieser Diagonale war er ja durch diesen Bauern E7 und den Bauern F6 blockiert. Hier auf dieser Diagonale möchte dieser Läufer in Verbindung mit der Dame zum Beispiel hier auf Magd gehen. Okay, warum nicht? Und wenn ich diese Konstellation mit Dame D3 hinbekomme, dann sehen wir, warum der Zug A3 nützlich war. Denn dann kann Schwarz diesen Springer B4 nicht spielen, um diesen Angriffsläufer zu tauschen. Okay. Wir sind hier sogar immer noch in gespielten Pfaden sozusagen. Schwarz spielt Dame D6, möchte zum Beispiel die Türme verdoppeln. Die kommen hier ins Zentrum. Das sieht sehr natürlich aus. Weiß spielt jetzt einen etwas vorsichtigen Zug, will ich es mal nennen. Nämlich den Zug Springer E2. Die Idee ist natürlich klar. Weiß möchte den Läufer nach E4 entwickeln, um eben die Dame von dieser Diagonale zu vertreiben. Andererseits ist dieser Springer Zug, der hat natürlich auch schöne Kontrolle über das Zentrum, über E4, D5 besonders. Und durch diesen Springer E2 gibt Weiß so ein bisschen die Kontrolle über das Feld D5 auf. Deswegen verspricht das sicherlich keinen großen Vorteil, aber ich glaube von Herangehensweise ist es Weiß eh nicht auf Vorteil aus gewesen. Ich glaube, sie wollte einfach nur natürliche Züge machen, sich entwickeln und hoffen, dass man irgendwie aufs Kremi klammern kann. Hier hat man sicherlich mit Schwarz einige Ideen. Türme ins Zentrum wäre eine sehr natürliche Idee. Aber auch der Zug, und der ist sehr überraschend auf den ersten Blick, nämlich E6, E5. Und damit löst man ja diese Schwäche, diesen Isolani hier auf. Und da fragt man sich ja, hm, wenn der aufgelöst wird, was habe ich dann noch? Nun, hier liegt es eben in der konkreten Stellung. Weiß schlägt auf E5, Schwarz schlägt auf E5. Und jetzt haben wir eben die Problematik, wenn Weiß jetzt hier die Dame tauschen würde. Ich zeig das mal in einer Variante. Dann hätte Schwarz diesen Zwischenzug Springer F3 mit Schach, bevor ich hier zurückschlage. Und jetzt habe ich hier zwei Läufer, die schön in diese Diagonalen wirken. Vor allem hat Schwarz den Vorteil, dass dieser Doppelbauer und die Türme kommen sicherlich auch noch recht schnell hier, vielleicht mal hier irgendwie Richtung Königsflügel oder so. Da wird Weiß ganz, ganz hart kämpfen müssen, um den Ausgleich zu bewahren. Wir gehen mal zurück zu dieser Stellung und sehen, und haben jetzt gesehen, warum Weiß eben hier auf E5 schlägt. Und wir schlagen zurück. Und jetzt könnte man ja denken, boah, nicht viel los hier, ne? Aber Weiß hat immer noch dieses klitzekleine Problem, dass dieser Läufer nicht entwickelt ist. Weil jetzt ja auch der E3 mal hängt. Und damit Weiß so ein ganz kleines bisschen in der Entwicklung zurück ist. Es kam Sprenger F4. Okay, warum nicht? Und Turm A, D8. So. Turm in die Mitte, wunderbar mit Tempo, ja? Zentralisierten Turm. Wer kann dazu schon einen sagen? Und Weiß versucht mit Dame E2 einen Damentausch anzubieten. Das macht sicherlich Sinn, um den Druck so ein bisschen wegzunehmen. Ja, gerade auch hier auf dem B2 zum Beispiel. Aber Schwarz sagt sich, ne? Ich halte die Dame mal auf dem Brett, denn ich habe eine Idee. Nun, und nach Läufer E3 sind wir in der Stellung, die ich euch am Anfang gezeigt habe. Und ich hoffe, ihr hattet hier eine kleine Idee für Schwarz, wie man die Stellung verbessern kann. Augenfällig ist natürlich dieser Läufer auf B7 hier. Der hier wunderbar über das ganze Brett Richtung G2 und so schaut. Ich würde also am liebsten den Weißen dazu verleiten, vielleicht mal mit G2, G3 zu spielen, damit diese Diagonale noch verlängert wird und offener wird. Aber wie mache ich das? Und hier kam die Fiona mit dem Plan Läufer D6 um die Ecke und greift einfach diesen F4 an. Das macht die E-Linie offen. Hierfür, dass die Dame da wieder nicht gut steht später mal. Vor allem aber erstmal hängt dieser Springer. Ja, wenn der Springer aber wegzieht, fängt der Bauer auf h2. Dann würde Schwarz einfach nur einen Bauern gewinnen. Ja, und da hat Weiß nichts mehr gesehen und hat sich gesagt, ich muss tatsächlich G2, G3 spielen, um diesen Springer zu decken. Aber dann seht ihr natürlich, oh dieser Läufer hier, ja, der lacht sich schon so ein bisschen ins Fäustchen hier. Was wären Alternativen gewesen? Naja, vielleicht hätte man noch Turm C1 überlegen können. Denn das sieht hier auf den ersten Blick diese Gegenüberstellung von Dame und Turm. Und dass hier auf einmal dieser Läufer einen Abzugsschach geben kann und mit Damen gewinnen. Und trotzdem eine mögliche Fortsetzung für Schwarz wäre hier gewesen. Und das demonstriert mal wieder den Wert der Figuren. Und da werde ich euch in den kommenden Tagen auch noch ein Beispiel von Garita Sparow zeigen. Denn der wahre Wert der Figuren liegt eben in ihrer Aktivität auf dem Brett. Und hier kann Schwarz zum Beispiel mit Läufer schlägt F4 eine Figur gewinnen. Und nach Läufer H7, Springer H7 die zweite Figur. Und nach Turm C7, Läufer C7 einen Turm. Das heißt, Schwarz hat jetzt Turm und zwei Leichtfiguren gegen die Dame bekommen und ist damit materiell schon deutlich im Vorteil. Viele Spieler mögen das nicht, die Dame abzugeben. Aber zwei Läufer, die natürlich hier super, super aktiv sind. Der Springer wird hier auch noch wunderbar. Der König ist safe ohne Ende. Da kann nichts passieren. Und ja, aber sowas zu spielen ist natürlich auch erfordert ein bisschen Geschick und ist nicht jedermanns Sache zugegeben. Aber das wäre sicherlich eine vorteilhafte Stellung für Schwarz. Dieses G2, G3 ist aber natürlich diese Diagonale hier. Was ist mit Dame C6? Und jetzt auf einmal droht Matt auf H1. Weiß hat nicht viele Möglichkeiten. Er muss quasi hier F2, F3 spielen, um diese Diagonale zu schließen. Aber damit sehen wir, dass die Diagonale des Königs G1 Richtung C5 schwächer wird. Dieser Läufer auf E3 ist ungedeckt. Und ermöglicht zum Beispiel solche taktischen Motive wie Turm F8, dass der Turm sich hier gegen den Läufer opfert. Um, ich mach mal eine Beispielvariante. Wenn Weiß jetzt hier Turm B1 spielen würde, nur als Variante Turm B1. Dann könnte Schwarz hier Turmschlägt E3 spielen und die Dame eben auf diese Diagonale locken. Und zack, Läufer C5 würde die Dame gewinnen. Das ist gut für Schwarz. Und jetzt muss sich dagegen erstmal Weiß was ausdenken. Und sie hat den Springer zurückgezogen, der jetzt den Läufer deckt. Okay. Aber Schwarz macht weiter Druck, greift diesen Läufer weiterhin an. Und Weiß entfesselt sich. Geht hier aus dieser E-Linie raus, hält den Läufer E3 gedeckt. Und ja, hier dürft ihr gerne nochmal kurz reinschauen, denn jetzt kann Schwarz bereits sein. Wahrscheinlich sehr, sehr mindestens mal die sehr angenehme Stellung. Und wahrscheinlich ist sie auch schon sehr, sehr vorteilhaft. Ja. Wie kann man jetzt hier am besten, am schnellsten, am einfachsten gewinnen? Und Fiona packt einfach einen Zug aus, den man auch verstehen kann. Und das ist jetzt nicht super groß Meisterniveau, wo man irgendwie einen Rechner braucht, um alle Züge zu verstehen. Sondern hier können wir der Partie folgen. Deswegen macht mir die Partie besonders viel Spaß. Schwarz zog nämlich Springer G4. Und greift die Dame und den Läufer an. Und damit wäre der Läufer ja mal mindestens überlastet und wird verloren gehen. Und jetzt kann sich Weiß auf den Kopf stellen und den Figurenverlust schon nicht mehr verhindern. In der Partie folgte Läufer E4. Wir schauen uns mal eine kurze Variante an. Was passiert, wenn Weiß hier auf G4 schlüge? Ja. Dann könnten wir natürlich auf E3 schlagen. Diese Fesslung von diesen Spieß von Dame und König. Sodass das, wenn Weiß die Dame retten will, muss er mit dem Springer schlagen. Aber dann geht natürlich die Diagonale auf. Und wir können mit Dame H1 Schachmatt. Und genau. Und die Dame kann hier aber auch nicht schlagen auf E3. Weil dann eben Dame G2 Mat ist. Ja. Ihr seht. Dieses Springer G4 hat schon allerlei Drohungen. Nicht zuletzt hängt jetzt auch der E3. Weiß in der Partie zog noch Läufer E4. Ja. Jetzt können wir uns aussuchen, wie wir die Figur gewinnen. Das ist sicherlich Geschmackssache. Viola zog Springer schlägt F2. Und zog den angegriffenen Springer dann mit Schach wieder weg. Sodass der in Sicherheit ist. Der König muss wegziehen. Und jetzt schlagen wir auf C6 zurück. Haben diese Figur mehr. Er hat auch gerade diesen Läufer, der auf dieser Diagonale steht. Wunderbar. Der E3 hängt immer noch. Er wurde getauscht. Und wir wissen ja, wenn wir eine Figur mehr haben, wollen wir Figuren tauschen. Das ist gut für die Seite mit der Mehrfigur. Die Seite mit dem Minusmaterial hat im Regelfall eher daran Interesse, die Bauern zu tauschen. Aber hier sind noch so viele Bauern am Brett. Das wird alles nicht mehr so richtig klappen. Die Partie ist entschieden. Ich zeige euch einfach nur formhalber die letzten Züge der Partie noch. Turm C1, F6. Wir wollen jetzt hier nicht mehr die Goldwaage hier rausholen. Ob und wann und welcher Zug hier noch besser ist und so weiter. Scheinbar kann Weiß einen Bauern zurückgewinnen. Aber nein. Wir holen uns auf F3 diesem Bauern. Wegen dieser Grundlinienproblematik. Und nach Turm C2, Turm E2 hat Weiß es endlich eingesehen. Hier ist nichts mehr zu machen. Der G2 hängt. Es werden weitere Figuren getauscht. Der König steht einfach zu schlecht. Der Läufer ist zu dominant. Weiß gewinnt in allen Varianten. Eine tolle Partie von Fiona, wie ich finde. Mit einem schönen Plan und guter Umsetzung. Und deswegen hoffe ich euch, dass euch die Partie auch so gut gefallen hat wie mir. Ich sage besten Dank für eure Zeit, für eure Aufmerksamkeit. Zunächst mal. Und wer noch mehr zu diesem Thema wissen will, der schaut sich gerne links dieses Video an. Oder schaut sich ansonsten einfach noch weiter auf meinem Kanal um. Vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal. Und jetzt gutian die Jewels. Willkommen bei mir Maschinen diveiner. Wenn du das in Kirchen Wir bitte dich bis zum fliegen hinzu. Vielen Dank.